Nicht verhüten. Doch, du darfst verhüten. Du brauchst plötzlich deine Kondome. Klepto, Mann. Geier. Klepto, Geier. Ja komm, mach ne 10, siehst du und 21 Münzen. Fuck. 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 Aber jetzt kommt's auf einer Sumo-Scheiße-Würfel. Fuck. Wer hat 3 Würfel, also bitte. Ja komm, wenn der 3-1 macht. Da krieg doch trotzdem Münzen ohne Ende. Ja und? Dann hat er 2-1 und 1-2. Ich weiß, dass der das kann. Verdammt, die 300-Satz-Karte. GG. Ja, weißt du schon. Boah, du Blödes. Overkill. Ja, geh hoch. Das ist das falsche Richtung. Booba. Dankeschön. Sporn direkt bitte vor mir stehen. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Na klar. Nein, danke. Ein Gattet. Ja, viel Spaß. Ja, kannst du abhackt, ist keiner mehr. Doch, Teleporter. Wenn du schaffst, dann GG. Geh nach vorne, hast du das Milz. Ja. Gibst du das vielleicht immer? Da kriegst du auch die 3-2-3-4-5-Jahr. Ja, es gibt ja. Boah, nee. Mö, 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 tu es. Mach es, komm. Tausch mit mir, da habe ich mehr Münster. Ich bin es dann schon so. 1, 2, 3, 4. Du musst das machen, sonst hast du verloren. Absolut, Alter. Ja, es hat 2. Ja, und? Mach es. Go on. Overkill. Yeah. Heute hat es nochmal richtiges Adrenalin hier. Und nachher ärgert sie sich, dass sie ihn bequatscht haben. Nein. War vorne Möhre. Ja, wer ist weg. Keine Magdana Cooper. Sonne, Mond und Sterne. Achtung, jetzt bekomme ich von Kevin seinen Stern. Er ist lecker. Nein, ich möchte meinen Stern zurück. Leck mich. Leck mich. Leck mich. Umo, ich schwörs, ich reiß dir die Eier raus. Jetzt beim Ernst, du machst immer alles, dass ich nicht gewinne. Leck mich. Du hast echt Panik gehabt, dass ich jetzt meine Sterne verliere. Ach, mein Herz. Ich hab's irgendwie gekurlt zu halbwegs. Scheiße. Er wollte es doch. Ja, du bist jetzt nicht mehr Erster deswegen. Momo, du kannst mir das echt nicht anzube, ein armes Herz, Mann. Ich bin alt. Wie alt bist du doch gleich? 50. Leck doch nicht. 24 noch. Musicalfeld. Kleines Reichspiel. Musicalfeld. Minus 1, meine ich. Ne. Was ist das? Tic-Tac-Bumm. Ach, wir tausch die Plätze. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Zum Ernst, warum bist du so happy? Du verlierst doch. Ich wacke mich. Oh, no. Warum kuschelst du mit mir? Das ist ein bisschen schlimmer. Auf geht's, Toast. Du brauchst einen. Ich wacke mich, Toast. Der kann den Jan bekommen. Du kannst den Stern kriegen. Oh mein Gott, du willst mich nicht verkleben. Was? Du willst mich verkleben. Ja, du. Du hast mir insgesamt 100 Münzen geklaut. Finde ich voll geil. Ich? Ja. Du hast A gedrückt. Du hast gesagt, ich soll da hingehen. Ja und? Ich hab gesagt, gib mir einen Stern. Der mit dir letzter ist. Und das schenkst du ihm einfach 100 Münzen. Der ist der Erster. Ich schenk ihm gar nichts. Du hast ihm 100 Münzen geschenkt. Nein, du hast mir die geschenkt. Was bunkerst du auch? Nein, nein, nein. Was soll ich damit anfangen? Ich kann da nicht... Und? Neun. Neun. Das reicht. Er hat einen Stern. Das reicht? Er hat einen Stern. Das reicht. Vielleicht krieg ich nochmal. Nein. Habt ihr jetzt hier noch Münzen? Was ist der? Achso, das ist der... Ja, bringe wir alle nicht mehr so viel. Total pült. Momo? Ja, auf mich anzupassen. Momo macht die Finger weg. Alter! Alter, wenn der Glück hat, landet der Stern direkt wieder vor ihm. Und er hat noch so viel Felder frei, dass er... Nee, der müsste jetzt wieder da spawnen, wo du vor ihm da vorstammes direkt. Nein, muss nicht. Doch, die haben da eine feste Reinfolge. Eine feste Reinfolge? Wirklich? Ja, ich meine, der müsste jetzt wieder umbauen. Und das sagst du uns erst jetzt? Ja. Ach, komm! Direkt vor Boohoo. Nein. Ich bin unten langgegangen. Stimmt, du hast ja gewechselt mit ihm. Ja. Ja. Yes, er hat die Berechnung. Ah, backen. Du hast ja jetzt nicht da erwähnt, wenn du willst. Nein. Wir sind beide die falsche Richtlinie. Unten hast du nämlich ein Deep-Cait-Feld. Wie viel hast du gemacht? Nee, da bin ich auf dem komischen Teleporter. Fünf-Happig. Dann hast du die Chance, wieder an den Stern anzukommen nach oben. Ja. Am Teleporter, stimmt. Ach, ihm das dann nicht. Ja, doch. Teleporter. Ja, war doch mal wieder. Ja. Jetzt war Tobi beim Milo-Parte-Fier, ne? Ich weiß nicht. Ob das so gut ist, ob er... Ach, jedes Feld verlierst du fünf Minuten, stimmt. Wow, das Sparky-Feld ist krank. Das ist gemein, der Gegner gerade so einen Goldpilz ansetzen, der für drei Pilze oder so. Und dann Sparky, 30 Felder, buh, 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 alle Hälfte sind weg. Und? Der drehen wahrscheinlich um einen Preis rum. Ja, du kannst dir trotzdem nicht mehr kaufen. Außer er macht jetzt ein ganz gutes Mini-Spark. Er hat auch wenigstens in der eigenen Stirn. Hey, Momo, du Arsch noch. Was? Na, das ist der, ich noch, äh... Oh, rüben! Das ist cool. Rüben! Ja! Das kann ich. Das ist ein Geruch. Schokolade! Schnell dich mit einem Partner zusammen, um eine Karotte zu ernten. Eine Karotte, du? Ernte die angegebenen... Äh, drück die angegebenen... Ach, schon wieder so ein Scheiß-Button-Meh! Momo, du weißt, wo die Beklopfe sind? Ja. Okay. Villager darf nicht gewinnen. Ich glaube, Minispiel geht wieder an Gebirges. Und die müssen... Auf... Na, 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 na... Ich habe ja auch schon 100 wieder einkassiert, ne? Er hat Kamen und zu mehr! hat mich irgendwann mal 151 ich weiß nicht dass sie noch mal nicht nächste runde pack ich weiß nicht, was ist denn ich? Ich will mal da hinten landen. Aber da war schon ein Torfeld. Das war schon ein Torfeld. Das war schon ein Torfeld. Ja, das war schon ein Torfeld. Das war alles gesparend. Ach, Münzen. Ach, Münzen. Ach, Hachi. Okay, Hachi. Okay, Hachi. Ah, ja, hab ich. Ach, ja, hab ich das. Oh Gott. Kampf mit dem Spiel. Wuh! um drei sterne so was das ist so assi jetzt ganz im ernst aber wenn ich gewinne gehört der münnstern auf jeden fall mir da sind so assi kampfspiele dabei ich bin keins davon deswegen ist gut für dich oh nein ist es dieser scheiße nicht kenne lauf einen gewonnenen sich neigenden steg entlang dem ziel entgegen schaffst du es das erst willst du wegen springen das klingt ja fast schon schwer nicht ja du musst einfach quer geradeaus drüber springen es klappt bestimmt na verdammt es klappt wirklich der weg ist ein bisschen merkwürdig ich rutsche einfach von der kante darf das ist auch widerlich du bist du bist du bist du jetzt von checkrott das geile ist das zick zack wie der ist kannst du gerade durchlaufen ich bin also scheißkante abgerutscht zweimal scheiße ein vorteil ja ich bin ein buch aus aller fabrik lasse ich fädeln die hat einen stelle auf den milchstücken fällt dann kriegt er eine sterne alles kommt bläbt oh ich hoffe ich land bei ihm auf dem stellen du bist eine kleine ratze ganz im herz ja ja sehr gut ich bin sehr gut hh hhvv 34 4 kommt ich hätte lieber eine 6 nein hier noch mehr münzen war ja ja sicher doch so moment lachen würde wenn ich alle drei sterne bekommen am ende also ich brauche sieben wenn ich mich nicht verzählte ich kann münzen bekommen aber ein neun zum stück macht den schnarchpilz da hast du langsam würfel den schicksalsfeld schicksalsfeld und dann hol dir den stern zurück der der links da kann man sich mit dem schicksalsfeld kann man sich doch gar kein stern holen wenn du sich selbst ja ich will sich selber nicht doch ich hab doch auch mir von dir eingeholt aber er hat für ihr verarscht mich nein ich habe ich war doch zuerst ich habe doch ihren stern geklaut ja weil er auf das feld gehen das war ja ich er hat mir 100 münzen gegeben du kannst auch für dich selbst das war ich nicht einfach gewinn sind 1 2 3 4 6 7 felder brauchst du und wenn du würfeln in den 6 6 6 6 6 felder alle kann du musst schon bei der 5 springen ja ansonsten kriegst du die 6 nicht wenn ich jetzt schon okay wenn ich eine 6 bekomme dann gehe ich nach rechts wenn ich mehr als 6 bekomme ich nach oben ja aber nimm den langsamen würfel am besten langsamen würfel da kannst du eine 6 würfeln wenn du bei der 5 schon springt ja wo denn jono die alle sterne gibt ja alle sterne ich mache es wenigstens noch mal spannend ja ja wenn du den wächtest so und springt also wer möchte denn erster sein ich bitteschön das ist der andere das ist der andere also wer möchte denn erster sein ich bitte schön das ist der andere social training nein sterne tauscht mit und ja ja komm doch schon dass er ein gewinne oder wenn er nur ein stellen gibt habt ihr beide kaum noch eine chance ja ich gewinne kapsel stern steht aber nur wer die meisten kapseln eingesetzt hat nicht behalten hat recht ja ich hatte merke jetzt wie es das anfühlt momo spüren sie es ist Mr. Krabs spüren sie es Mr. Krabs ich spüren gar nichts er hat keine seele mehr lichterstampft ich vermute man muss lichterstampfen ich denke ja kannst du nicht ja setzt sich aber da kein wenn die fäder leuchten und punkte zu sammeln werden die meisten punkte gesammelt hat gewinnt dampfartoffe wie macht man die jetzt aha wie in jedem anderen mache ja auch was leuchtet das ist kein leuchtfeld ja ja du assi fett feckimäck fett fett die effekten assis könnt ihr das mal sein lassen so fett kann man doch gar nicht sein so assi wie ihr seid momo alter du sollst nicht auf mich springen weißt du auch immer die blöde soll die ganze haupt drauf gesprungen zu voller absicht damit du dich in der boden stellen bekommst du bist eine kleine ratte 206 ich hoffe nicht das kommt der ereignis sternrein wer gewinnt das war david und wenn sich quer doch nicht mich dafür die münzen alter fack eine foto sterne mini spielstern ja nein ja nein kapsel wer hat die meisten kapsel eingesetzt? wahrscheinlich tot ne glaube ich nicht ich hab nicht viele ja was? ja da bremmt ihn hexe geist hexen stern das könnte tot wirklich sein ja ich hab eine zwei gehabt da gab's glaub ich nicht zwei gewinner ja fuck was? ich bin zweiter jawoll und du du ich hab das spiel vor einer mega spiel das ist absolut abschess Ich auch nicht, also beschwere ich bitte nicht. Kann ich mal kurz sagen? Ich kann einen Ausgaben tätigen. Niemals. Man sieht mich nicht. Da ist nur ein Gesicht. Wie sieht die Kurve aus? Momo, wie fühlt sich das in 1.4? Es gibt noch keine Kurve im Spiel. Es gab in 4 eine Kurve. Vier Felder, ihr beiden. Oh. Ihr seid alle einmal auf dem Feld glatt. Ich hab verkackt. So hart. 10 Sterne. Ich hab' gemacht alles. Nehmt euch ein Zimmer. Sind wir doch schon. Oh man, ey. Und jetzt geht's weiter zu Mario Party 5. Dieser Bewohner, der Kleider ist aufgesucht. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Tschüss. Ciao.